Musik Musik Seis Leitl, da ist ich einkern, NIRONBEAST heute mal wieder Und ja, bin wieder nötig, ich bin halt der NIRONBEAST und der... Laopone! Und ja, wir machen jetzt so ein Battle, jetzt müssen wir es dann in die Kommentare schreiben, wer es besser gemacht hat. Erst der vorhin, der NIRONBEAST oi und der nachfach der Laopone oi. Ich bin Berg, Jeder darf seine eigene Route auswählen, ihn im Moldo die Schwachste ist egal und ja und als zweiter Vorteil des Toppon und das schreibt dann einfach in die Kommentare wer es besser gemacht hat, ich sage das Toppon gewinnt eindeutig, oder was sagst du? Mh na ich sag nein, du bist ok ja dann schauen wir mal zu ja, ich bin frei das zählt noch nicht das zählt noch nicht ok, zählt noch nicht zählt noch nicht erst wenn ich in der Luft bin erst wenn er in der Luft ist, ok ok, jetzt zählt es 3,3,6, dir ne Kaboom oh no erster 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 wenn wir gezockt haben, die ganze Zeit kommen ja gerne und jetzt bin erster mal dort ja erster erster ist fast kein Zeug kommen ja jetzt ich bin ja noch ja ja ich bin ja ja ich bin ich bin nicht ich bin ja doch vor schulungen ja so der ist mir jetzt besser gehen Nein, ich weiß nicht, dass du so bist. So, ich hab nicht getan. Ich bin schlecht in die Form. Ich bin schlecht in die Form. Ich bin schlecht in die Form. Das war schon geil. WTF? Ich glaub, es hat nicht an den Lingo gelesen. Ich zweifelst ganz stark. Ist oft nicht mehr da, gellst du schon? Jetzt nicht mehr. Möchtest du mal probieren? Noch mal mit dem BMX zu gerätten? Okay. Ich kann ja auch noch nachher. Ja, probier es nachher. Das ist schon so geil, wie die hdpv erleichtert, wenn man Video macht. Ah, ja. Geil. Ich hoffe es. Richtig grün. Ja, schon geil. Ja. Hallo du, Manni. Ja. Hallo du, Manni. Hallo du, Manni. Mach jeder, weil die Geschichten da. Was ist mir halt ausgemacht. Um zu erzählen. Ja, viel haben wir eigentlich nicht. Ich sag jetzt, quantitativ haben wir nicht viel, aber qualitativ sicherlich. Und ja, dann fangen wir mal mit dem anderen. Das ist jetzt nicht so lustig, aber das ist eigentlich leider die Todsache. Mach's einfach nicht. Ja, wir sind halt nicht gegangen. Wir gehen ja online. Und ja, ich bin durchgedreht. Und ich bin durchgedreht. Und ich warte, dann habe ich mich aufgemeldet, dass es geht. Ja, ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Und sonst, ja, so schirr. Ich hab's auch die Boom verpasst. Die bitch. Und ja, sonst, ich geh mal leise bitch von meiner Klasse. Ich sag die gerne, wenn ich das jetzt, was ich will, dann hab ich sie auch mal so richtig gefickt. Na, weil, 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 ja, mein Blum, ich hab's ja so, sie ist, sie ist die für mich. Ja, ich will sie ficken. Ja, und dann hab ich zu ihnen gesagt, ficken. Ich will nichts, weil sie schirr. Und ja, sonst nix. Und ja, sonst, sie ist halt fett und voller Horig. Richtig horig. Und ja, dann, jetzt hab ich mal von der Kolonie. Die geilste Zeit ever. Außer mit Mirko, die Zeit ist noch herziger. Nein, ist halbwegs geil mit ihm. Und ja, sonst ist geil. Kolonie unten gewesen. Wir waren halt mit den Schimmagler. In da, im Zimmer. Da auch Kaniato Pua. Fabi. Und ja, wo halt. Ich komm's nicht da aus. Die geil. Weil, nee, ich hab schon gesagt. Der Bus, gell. Und dann ja, wir halt noch, halt vor der Party. Jetzt wo halt auch kein Warnung waren. Wir sind gescheiß. Dann, mach ich gleich Pfeil rechts drücken. Und dann nix. X, 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 X. Und dann. Dann war halt auch kein Warnung. Und haben doch vorgen müssen wir noch in Zimmer bleiben. Ein bisschen. Mach ich gleich reichli drücken. Und dann raus vorne durch. Kannst halt deine Route schon ausfalten. Und da war halt auch kein Warnung. Und dann sind wir in Zimmer geblieben. Bis zu zehn, glaube ich. Dann haben wir dann die Party angefangen. Und ja, wir haben halbe Geschichte getan. Und das Geilste war, wir haben einen Schmuggler geschlagen. Mit Handtüchern. Weißt du, wir haben sie so gemacht. Handtüchern. Und dann haben wir voll geschlagen. Und dann haben wir ein Zeug gefesselt. Zu einem Bett. Zu einer Route nehmen. Okay, passt. Dann. Mach schnell. Starten. Flöp. Fandflöp. What the fuck. Und dann haben wir ein Zeug gefesselt. Dann haben wir geschlagen. Und alles. Und er hat halb jetzt gebläht. Ja gerne. Ja gerne. Du bist der Bust. Ja gerne. Obwohl ich nicht wichst. Und das Rad ist weg. Ich weiß schon. Und ja, er hat halb jetzt gebläht. Und eigentlich ist er kein Bläher. Er hat nur ein bisschen Tränen in die Augen gehabt. Dann haben wir halt so einen Luftballon gehabt. Weißt du, wenn man den Kindergarten neu hat. Um so rumzuhupfen. Luftballon. Nein, nicht Luftballon. So eine Luftballon. So fett. Und du weißt, was du heben kannst. Und dann so blöd rumgekampelt bist. Haben wir halt gehabt. Dann haben wir halt das Battle gemacht. Schmuggler gegen mich. Ich bin halt so Maschinenherer. 1,20 Meter. Rücken, Brustumfang. Will ja nichts. Ich will ja nicht pushen. Aber. Ja und. Dann bin ich halt voll auf dem Zug rennt. Die haben halt den Ballon gehabt. Voll im Ei. Und ihm hat es zurück gespeckt. Zu der Wand. Ja gar nicht. Das ist nicht mehr schiefen gewesen. Wieso bist du dein behindertes Kind? Und ja. Also schrieen. Eine Rutschpartie. Ist gerade nach oben. Ja. Ja. Und ja. Und so ist die geistige Geschichte. Dann haben wir noch für den Reis. Für den Fluss aus. Ich habe das mit einem Slopone mit einem Milch. Und das ist richtig geil. Ich muss ja eigentlich selber erzählen. Weil. Er ist. Der wusste. Ja. Kill den. Ich bin so gestart. Oh. Oh. Ja. Ja. So. Jetzt mit's gehen hoch. Hehehehe. Und nur die Granate habe ich geflogen. Geil. Okay. Ich will die Revanche. Und jetzt musst du das mit einem Scheibscheißen. Ja. Okay. 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 Ähm. Ich und der Flori waren halt. Bei mir viele unten. Schon irgendwie fucking drei suchten. Einfach so ein bisschen geiler. Ja. Ähm. Ja. Da haben wir nicht gewusst was zu tun. Und dann sind wir halt ein bisschen in den Garten rausgegangen. Und so sind sie halt draufgekommen. Dass sie mich halt könnten aussperren. So. Ja. Und da haben sie mich halt aussperrt. Bin ich halt umgegangen. Mal gucken. Haben sie mich halt gleich ausgelacht. Und da hab ich halt gar nicht gesagt. Ja. Du. Ja. Jetzt noch mal. Zwei Daumen noch mal probieren. Ja. Jetzt noch mal. Zwei Daumen noch mal probieren. Ja. Ja. dass.. Sonst nach oben. Bedroff. Vergehalten. Mit einem kaputt favoritesches will. Das heißt auf sich. Da d tail Ansonsten und und er den Kurschläger im Studio die Ohren oder auch noch sein bei ernext geht den Urlaub also reiht der Post ja anders die als sie wächst schon noch Das war ein Wunsch. Das war ein Wunsch. Das war Finta. Finta. Okay. Ja, dann probier es noch mal. Dann ist es noch mal. Dann ist es Rathlet. Okay, dann war es noch mal. Na mal Rathletch. Dann probier es noch mal. Puta Anna. Das war schon mal. Behindertskind. Ja, Rath. Das ist Ferrari-Radl. Ja, Mann. Geht durch. Liegt nicht an deinem Fahrkünschen. Das weiße Busch sieht noch gut. Ach nun? Ja. Dieser ist der Sport. Oh, Mann. Und ein Backflip hat sie mir. Es ist ja auch louk. zu ihnen fast schneller doch doch ein Baum durch das Baum voll groß da ist ja fast weg da ok so geil mit Ortsform berg jetzt haben wir probieren ja ja ich gleich mal und noch ja 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 was da anflip da kann man auch mal so am Schnalz drin gewesen ähm halt äh Wintertag oder wie das genausten hat oder halt nicht Schnalz ja halt so irgendwo Wintertag auch schon halt das geht auch der Wintertag auch schon halt so und wir machen den Frontflip auch gemacht für den Sturm auch in Schnee aber geil und ja Leute das war so klein und ja dann sagen wir mal Schuss ausleiten sie ist bis zum nächsten Mal Einchen Neuer bis und Denker Slopone und ja selbst bis zum nächsten Mal Freizeich schon auf BMX Video und selber über das geilste Video sein und ja selbst leiten bis zum nächsten Mal Enco Na Haa Na Haa Na Haa Na Haa Nass aus Nass aus